Willkommen zu der ersten Folge von TryHard Yu-Gi-Oh! Duel Links! Warum TryHard? Wir werden Ranked spielen! Und wir werden versuchen so viel wie im Krieg zu gewinnen! Das ist jetzt so ein Format! It varies, you do... You are not good! Ah, gut! Der Tokai war, Spell-Zert-Virtu-Senshu, es wird etwas wie ein Drach-Deck spielen! Hoffe ich! Oder auch nicht! Ich spiele übrigens der Aromage-Deck! Warte am Maul! Schlechte Sand! Mein Turn! Mein Turn! Mein Turn ist vorbei! Du werden in die Schmerzen geschlagen! Kann man nur machen! Das ist ein Wunder! Warte mesmo! Kann man nur noch einen Wunder! Kann man nur noch einen Wunder kommen! Das ist wichtig, ich meine Schlager entern! Und warte! Ich bin ein Wundergeister! Unschuldigung, gib mir noch ein ordentliches Monster. Kein Glück. Und die Heu-Rose. Cool, danke. Finally something. My turn. Draw. Watch closely. I summon a Monster in Attack position. Will now battle. Don't blink. I attack with a monster. I end my turn. It's my turn. Draw. Mich kann nur einmal im Vorzug effectieren. My monsters effect activates. Special Summon. Special Summon. Come to me. I special summon a monster from my hand. My field spell activates. I set a monster face. My field spell activates. My monsters effect activates. My monsters effect activates. So. Time for battle. You're not prepared for this. My monster attacks you. I end my turn. I end my turn. It's my turn. Ugh. It's my turn. Ugh. I hate it when it's my turn. I hate it when it's my turn. I draw. I draw. I draw. Not a single card. Yeah. Dein blue eyes white ring print die nichts. Wait mal. Ich hab immer noch mehr Angriffspunkte. Und das wird auch so bleiben. Ich hab die Karte jemals. Ich hab die Mütze. Eier. Ich hab die Mütze. Die. Dreh. Bliess. Ich hab die. er kann das machen das bestimmt enemy controller fertig oder einfach aufgegeben ich weiß wenn es nichts passiert waiting for response your enemy gave up nie du sagen scheiße oponen zuwendert tja es geht mir erst der sieg Oh, mage ist das ok Search for opponent, nice. Ich stimme gerade mal 6 Minuten auf. Erster Sieg. Wow! Weiß ich, 3. Na gut. Ich habe gerade ein Deck, 3, ein extra Deck. Weil es ja irgendwie ein Spezialbeschaden zu viel kann ich nicht spezialbeschaden. Also ich karten Effekte. Sie sich mitbewegt. Wir kommen, was ich gemacht habe. Ich habe ein Monster in Attack Position. Ich ende meine turn. Es ist meine turn. Ich habe eine Show gebaut. Es ist meine turn. Es ist meine turn. Schau! Von meiner Hand. Ich aktiviere einen Spell. Was auch wenn jemand so eine Karte hat. Es fühlt sich so gut, wenn mein Fehl direkt in meine Trappe fällt. Ich aktiviere eine Face-Down-Karte. Ich aktiviere einen Quick-Play-Spell. Die Karte kann ja nicht die Kontrolle übergenommen werden. Er kann sein, ja. Er kann in die Position geändert. Schöner. Ah, das sieht nicht gut aus. Jetzt. Ich attacke mit einem Monster. Jetzt. Warum. Warum krieg ich diese Karten angang? Ich habe ich zwar dreimal im Deck, aber es kann nichther Hybrid sein. Zwei Mal hintereinander. Bei zwei Duellen. Gleich. Zwei Mal am Anfang in der Handlage. Why. Ja. Guck mal. Jetzt gibt er so einen hohen in Türenzu. Ich ging kotzt. Das lag schon sehr nicht zu gut. Na gut. also ich hab was man das nächste game meines kann halt echt nicht sein ist die andauernd immer anfangs habe zweimal ist ist dumm das ist eine ganz normale hand so dass wir das haben was I end my turn. I end my turn. I end my turn. Battle. Luck, don't fail me now. My master attacks your life points directly. Here's my face. Nothing I can't handle. Nothing I can't handle. Nothing I can't handle. I end my turn. It's my turn. Draw. Enemy controller. You'll enjoy this. I summon a monster. I set a card based attack. Let's battle. You're not prepared for this. My monster attacks you. Okay, was hat denn eine Hand? Schwimmst du etwas wie Ding Skoribo? Eh, that won't keep me down. My turn is I go. It's my turn. I draw. It's my turn. Let's do this. I summon a monster in attack position. I'm going to attack. Let's do this. Let's do this. Let's do this. He's going to attack the effect. Alright. You asked for it. I attack with my monster. I attack with my monster. Here's my face down card. I activate a quick place. I activate a quick place. Let's do this. Let's do this. My monster's effect activate. Come to me. I special summon a monster. Let's battle. I never show mercy. My monster attacks. Let's do this. I can't move this duel as will you be. Okay, let's see good out. dann die du 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 Dude ich hätte noch eine russlagerin bekommen denn halt nicht mal habe ich gewonnen hundertprozentig egal was passiert was er jetzt so eine karte das war gemein das reicht sogar aus als ob das ausgereicht hat meine frisse oh mein gott wie ein lucky holy shit noch trocken mit dem maul alter kann hat echt nicht wahr sein holy shit zwei mal hintereinander komplett an lack verloren einmal habe ich einfach keine guten karten bekommen etwas zu machen eine karte groß großartig fritzen den tue nun schon mach etwas die karten noch echt nicht wahr sein ich habe das gefühl ist etwas wie ins menschen kiefer wir schon meinst und fingerkarten doch nicht die 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 Öppelt Ja leck mich doch! Ööholic Gegensh er könnte mich rein theoretisch finde ich wenn er den angriffspiel damit und angreift theoretisch wird aber nicht passieren was schon mal ein regenbogen leben es könnte eine feindkarte sein aber ich könnte es sein Ich habe Angst vor meinen Wurzlauer gg da hat er angst von meinem russlauer ja du ist von mir artik jetzt habe ich eigentlich auch eine nummer war und geklappt ich bin ein anderes weg das verstorben und mehr glück ich bin mein mojama dick test раб d ber section for opponent matching forces for nothing to web Top 3 people want to Und um Yami Yugi vs Shaz Princeton. Es ist Zeit zu Shaz's. Und dann werden wir den Rank. Es ist Zeit zu Shaz's. Es ist Zeit zu Shaz's. Ich bin Shaz's. Shaz's you up. Es ist Zeit zu Shaz's. 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 It's my turn. I to all. Jama Queen. You're not ready for this, make yourself useful, oh Jama Queen. I end my turn. It's my turn! Das ist es, ich bin Schatz. Das ist es? Du will regret diese moves? Es ist mein Turn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht. ... Ich bin Schatz. Ich bin Schatz. Ich bin Schatz. Wir kämpfen, mein Monster. Ich bin Schatz. Ich kann mich nicht mehr verlieren. Ich werde nicht verlieren. Mein Turn. Ich bin Schatz. Ich glaube, dass ich die größten Zag. Es ist immer ein größer Loser auf der Gange. Ja, ich bin damit. ich weiß was er sich denkt, mhm der krase monster wieder dreht. Das war bestimmt Glück, kann eigentlich niemanden aber machen. So kann ich mich noch einmal machen. Da gibt er gleich auf. Doch nicht. Da haben wir nur schlecht drin in der Verbindung. Oh schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ey, es kann nicht mit dem Haar sein. Ich habe die Stacks noch nicht mal scheiße, die Stacks halt wirklich gut für ein Uljama-Deck. Für das Uljamas an sich komplett scheiße sind die Stacks gar nicht mal so scheiße. Yay, ich brauche zu 4. Ich brauche zu 5. Ich brauche zu 5. Ich brauche zu 5. Und da habe ich es verdient. Ich brauche zu 3. Und ich habe es verdient. Und ich bin nur Schäß. ich bin nicht zu scherz es gibt übrigens eine ist wirklich zu scherz und das ist noch mal scherz mal hin geht dann auch schon die roja muss oder ein drachendeck wie im manga ja schoss hat dann manga ein drachendeck benutzt was die kletzern normal her it's like it's a it's a it's a wunderschön er wächst du es ist vor ding du will keine ok ich nehme an magierdeck ich muss noch einmal nichts mehr das ist ein musik zu bionist ich hätte das announcement hast du wieder ein editing stream okay na gut gucken was enttäuscht mich nicht nein nein ja und noch eine jawohl 2.000 2.000 3400 Nein, dauert es noch ein Zug. That's why I'm Shaz. Ah, das deck schon geil End my turn End my turn Ich hab mein Pool Das war so Spaß, Dex zu spielen, holy shit Ah, Punkte 5 Nice So, das erste Spiel Nee, easy Die games danach gedacht So, ah, was war schon mit meinem Leben anfangen Und dann die letzten drei games Easiest games of my life Nice Die stärksten Karten, sogar die schwächsten Karten werden stark, solange ich sie benutze Yay Ganz genau Andh Follow Andh The Anc Barry Ok Mother We all let go It's siempre You On Be game Oh compet dann sag ich mal tschüss